So, dann wollen wir mal weiter gehen. Sieht ja wieder sehr viele Gespräche aus. Hallo? Hm, hm, hm. Hier warten wahrscheinlich sehr viele... ...Freunde auf uns. Ich nenne sie einfach mal Freunde. Inventar ist voll. Kann ich hier irgendwas nachladen? Dass es nicht mehr so voll ist, sieht nicht so aus. Ich gucke mal ins Inventar. Äh, wird irgendwas Unbrauchbares? Nicht so. Ist aber egal, wir brauchen noch nicht hier jede Brennpaste. So, was haben wir hier? Oh ja, sehr schön. Der William. Der Kleine. Ach, da war er noch süß. So, haben wir hier den Säher. Hey, William. Alles Klärchen bei dir? Wahrscheinlich nicht. Alarm. Alarm. Wir beseitigen mal lieber alle Leichen hier. Ich gehe trotzdem mal hier rein. Wenn wir das vielleicht nicht tun sollten. Aufgrund dieses Teddybärs. Ich weiß es nicht. Aber wir gehen trotzdem mal hinein und gucken, was ist denn hier so. Da haben sie richtig geil was in der Dusche aufgebaut. Und Avenge the Day. Werden wir tun. Hannes. Ja, der Hannes, der hat auf jeden Fall noch richtig Bock. Er guckt sich hier Sachen an. Und die Lisbeth. Hier liegt einfach im Bett rum. Naja, ich will die beiden noch nicht weiter stören. Die haben bestimmt sehr wichtige Sachen zu erledigen. Wir gehen einfach mal weiter hier. Schön, dass hier so viele Kerzen aufgebaut wurden. Das hebt meine allgemeine Stimmung auf jeden Fall. Irgendwie nicht, nee. Oh, fach. Notfallpläne sind hier auch mal angebracht, ich kann die wieder speichern. Tun wir das auch, man kann ja nie oft genug speichern, erst recht, wenn hier auch extra eine Speicherstation schon für uns hergerichtet wurde, das muss ich jetzt einmal kurz, hier ist hundertprozentig, kommt hier gleich was, ist viel zu groß, als dass hier gleich nichts auf uns wartet, ich hole schon mal unseren Freund den Flammenwerfer raus, ist ja auch alles voller Munition, so ein kleines Dickerchen. Claro, ich muss es sprechen. Lass uns toll doch gegen diese gegner ist der flammenwerfer nicht so man 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 kann man denn so vielleicht sollten wir einfach mal weitergehen wenn das geht weil ich glaube weniger gegner werden ist auf jeden fall nicht anscheinend schnell einfach weiter zum teufel widerliches zeug einfach nur fehlfunktion warum das ist ist nicht gut für uns okay so eine art bewegungs bilder müsste eigentlich so im gegenstand reichen ja ich keine munition verschwinden aber wir haben ja auch genug kommt soll der geiz und man kann hier wieder speichern ziemlich oft du bist tot wir gehen einfach mal rein vielleicht ist hier was wichtiges drin zum beispiel medipack würde ich schon gerne mitnehmen was ist das hier überhaupt kommt weg damit medipack ist mir wichtiger wenn ich ehrlich bin halbleiter kann ich nicht mehr mitnehmen na gut ist auch kein shop oder einen shop haben sie glaube ich nicht habe ich überhaupt einen energieknoten ist die frage die antwort ist einer okay einen benutzen wir benutzen den einen einfach mal für kapazität da kann man nie genug von haben würde ich sagen und deshalb kapazität auf 100 gesteigert da speichern wir mal ganz schnell wieder ab hier ne so schreiben ja bitte ja und er hat richtig bock das jetzt hier rein ich habe die feuerlöscher und ich werde ihn benutzen ich habe da bringt feuerlöscher auch nicht mehr viel so kredits nehme ich immer gerne mit aber das mit dir das ist kein bock okay ist ja nicht schlimm ich kann theoretisch herfliegen praktisch ja auch theoretisch so wie funktioniert das Ganze dauerstoff okay ich habe den sauerstoff jetzt entfernt ist der aber noch aktiv vielleicht können wir das aber ändern so gibt es dann auf der anderen seite auch noch was ne das ist ja irgendein grund ach da oben okay ich muss ja irgendeinen grund geben warum ich fliegen kann wo ist unten wo ist unten wo ist unten wo ist unten dem buch also da ist unten anscheinend. Da ist er. Siebten schlicht. Er ist verschlossen. Wir haben ein bisschen Zeit, uns umzusehen eigentlich. Ich glaube, es hakt bei dir. Puh, Inventar ist voll, weil wir irgendwelchen Schrott dabei haben. Ich nehme auf jeden Fall lieber ein Medipack mit. Gut, wir müssen uns jetzt anscheinend ein Dingens holen. Ein neues Stromaggregat, nenne ich es mal. Das soll aber nicht das Problem sein. Denn hier irgendwo schwieren ja welche rum. Da zum Beispiel. Das nehmen wir jetzt aber auch mal schnell mit. Öffnen bitte. So, und da sind wir schon. Und können den Fahrstuhl benutzen. Die Frage ist ja, was ist jetzt der Plan? Das war auch sehr schön. Was ist dir so gedacht, Freundchen? So, was ist jetzt der Plan? Das ist natürlich die Frage. Was hat der kleine Isaac jetzt vor? Isaac, die Schritte. Er will, dass ich die Schritte befolge. Schritt 1 in die dunkle Maschine kriege. Das soll ich zum Beispiel nicht machen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn. Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Ja, okay. Strauss, der hat richtig Bock. Wie geht's jetzt für uns weiter, ist die Frage. Mach mal Kopf ab. Was für ein oddes Licht hier. So. Verkriegen wir jetzt mal wieder in Energieknoten. Hier können wir wieder speichern. Ich denke mal, da geht's weiter. Dann speichern wir erst mal. So. Schnell gespeichert. Und dann gehen wir hier einfach weiter. Ja, ich merke schon, hier ist wieder richtig Action angesagt. Da komme ich nicht bei. Vielleicht kann ich das auch mal verbessern. Ist auch eine Idee, oder? Kann man da, oder? So, was wartet hier auf uns? Jetzt mal. Minen. Das heißt, es kommt bestimmt was von hinten. Aber egal. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir schaffen das auch so. Wir sind Isaac. Der coole Isaac. Der schafft alles auf jeden Fall. Jetzt mal nehmen wir hier was mit. Können wir nicht mitnehmen. Okay. Warum können wir das nicht mitnehmen? Was haben wir denn jetzt schon wieder dabei? Bei den Schrott da. Braucht doch kein Mensch. So. Ich habe wieder meine Stange. Braucht so viel von denen, ne? Was hast du gedacht, wohin hier. War's das? Ich hoffe es. Mag die Viecher nicht. Kredits nehmen wir aber gerne mit von denen. Stasepack kann man auch immer gebrauchen. Und wieder Kredits. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Mal in den Schränken natürlich wieder gucken. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich denke aber mal, da kommen noch mehr. Von den Mistviechern. Wo doch nicht. Gut. Dann machen wir jetzt mal wieder unser kleines Minispielchen hier. Kennen wir ja. Irgendwie hat er mir gerade das Ding gar nicht angeschaut. Egal. Wir kriegen es trotzdem hin. Das ist ja schnell gemacht eigentlich. So. Wo gehen wir denn hin? Wartehalle. Wartungszugang. Muss man so ausgleichen sein. Ich auch nicht. Der alles kann mit sexy Beinen. Cooler Typ auf jeden Fall. Also wo muss ich hin? Ich helfe. Ich habe überhaupt nicht getroffen. Nicht mit mir, Freundchen. So, sollen wir dir jetzt helfen? Ich gehe da einfach mal hin. Oh, hey, hey. Bleiben Sie zurück. Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Dann will ich, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Nun, wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir wahren. Ich habe da eh keinen Bock drauf auf hier Gesellschaft. Aber gut, hier gibt es gar nichts. Nur ein bisschen Blut. Hatte jemand seine Tage. Kann man mal haben. Kein Problem. Hier, ich habe ein Geschenk für Sie. Na gut. Jetzt habe ich das passende Geschenk. Mit einem wunderschönen Schuh. Ich habe den wunderschönen Schuh.